Musik 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 Ja, wir müssen eigentlich viel Kontakt mit den Kunden hätten. Wenn ich so wäre... Entschuldigung, nochmal. Klar, wenn wir nicht so viel Kontakt mit den Kunden hätten, dann wäre dieser Job halb so interessant. Man steht immer an der Front, wo Aktion ist. Manchmal gibt es auch Reklamationen und... Ja, ich weiss nicht mehr. Klar. Dann steht man zwischen den Stühlen, zwischen dem Migros und dem Kunden. Wir stehen eigentlich zwischen den Unternehmen, also den Migros und den Kunden. Aber wir geben unser Bestes. Wir müssen auf vielen Gebieten Spezialisten sein. Also... Immer lächeln. Lächeln wie ein Filmstar. Geduldig sein wie ein Elefant. Und... Lieb wie eine Hebamme. Und manchmal müssen wir auch die Polizisten spielen. Maybe. Eigentlich本... y Three. Ziel. chloride, Untertitelung des ZDF, 2020